Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf dem BugOnChannel. Ich hoffe, euch da draußen geht's gut. Ich hoffe, ihr habt Bock auf eine geile Session hier am idyllischen See, wo gerade ein Sturm losgeht. Scheiße, Freunde. Ich hoffe, wir befangen ein paar schöne Aale und Wälse. Hoho. Ha, ha, ha. Das ist ein großer Abwiesau. Puh. Nein, man. Puh. Buh. Bis zum nächsten Mal. Puh. 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 Woop, woop! Boah, Freunde, ich habe Schutz unterm Baum gefunden, aber das sind jetzt die beste Idee ist hier beim Gewitter, ich rate davon ab, Leute. Was in so einer Situation ganz wichtig ist, Freunde, dass ihr euch am besten irgendwie unterstellt und sobald das aufgehört hat, einpacken nach Hause, sonst gibt es eine Unterkühlung. Jawohl, ein kleiner Karpfen. Megaschöner Fisch, Freunde, ich wollte eigentlich nur ein paar Köderfische besorgen, aber ein schöner Karpfen geht auch mal hier. Sehr schön, der ist natürlich noch zu klein. Zurück am See, meine lieben Freunde. Sehr, sehr heftig mit dem Monsumenregen gerade eben, das war so ein starker Regenfall. Ich war innerhalb von zwei Sekunden klitsche nass, komplett unterkühlt, musste erst mal nach Hause, jetzt bin ich wieder zurück. Die Sonne kommt wieder etwas raus, aber ist sehr, sehr bewölkt und sehr windig geworden. Wird eine schwere Aktion diesmal. Okay. So? Da geht kein Kerscher, Freunde, sag ich euch so, wie es ist. Der ist ja noch dicker! Wahnsinn, Freunde, Wahnsinn! Guckt euch den Kavenzmann an! Wahnsinns Ding, Freunde, was ein Aal! Wahnsinn! Guckt euch das Ding an! Der ist schon wieder armdick, und mindestens so lang wie mein Arm! Krass, wieder tagsüber auf Köderfisch! Was für Schlangen hier in dem See! Unglaublich! So, ich helfe dir mal kurz, und dann geht es weiter! Wahnsinn, Freunde, oder? Einfach Wahnsinn! Das jetzt nochmal hier nach dem Unwetter, ein richtig schöner Biss, hat sich richtig lange den Köderfisch vorweg gezogen, ist dann kurz angehalten, um sich den nochmal richtig in den Mund zu legen. Dann konnte ich anschlagen, war ganz vorne gehakt! Einfach nur klasse, meine lieben Freunde! Warum habe ich diesen Aal jetzt nicht gekeschert? Einmal, weil ich sehr, sehr starke Montagen habe, meine lieben Freunde, auch sehr, sehr starke Vorfächer, sehr, sehr starke Haken, damit kann ich einen Baumstamm rausziehen. Und zweitens ist es immer ein bisschen schwierig, so ein Aal zu keschern, gerade im flachen Gewässer und so, der schlingelt und windet sich dann um den Kescherrand drumrum, oder um das Gestänge, und dann kriegt ihr den nicht rein. Und ich sage euch so, wie es ist, wenn ihr das so macht, kriegt ihr den in zwei Sekunden raus, so haben wir es damals auch beigebracht gekriegt, und so werde ich das auch beibehalten. Ja, ein wunderschöner Aal, meine lieben Freunde! Ich bin mehr als zufrieden, meine lieben! War schon wieder eine wunderschöne Folge, aber es geht ja noch weiter! Einen wunderschönen Aal konnten wir schon verhaften, da bin ich mega stolz drauf. Es wird schon wieder ein bisschen stürmischer, alles wird schon wieder bedeckt, aber ich bin auch guter Hoffnung, dass wir noch einen Fisch kriegen. Ihr wollt bestimmt noch mal die Montage sehen, die bauen wir jetzt noch einmal gemeinsam auf. Als allererstes ziehen wir natürlich den Stopper auf, fädel ich einmal die Hauptschnur durch das Öhr, ziehen wir den Stopper rüber, ganz einfach. Dann kommt unsere Pose, in dem Fall von Vessels, eine 6 Gramm Pose, ganz normale Durchlaufpose. Durchlaufpose bedeutet, man zieht seine Hauptschnur komplett durch die Pose durch. Das sind meine Lieblingsposen. Der Grund dafür ist, wenn ihr hier unten nur eine Öse habt und dadurch die Hauptschnur gefädelt wird, dann vertüdelt sich die Pose bei Weitwürfen des öfteren Mal. Wie gesagt, 6 Gramm. Jetzt folgen hier 6 Gramm entweder Schrotblei oder anderes Blei. Bleibt euch offen, ich nehme Schrotblei, deswegen, das können wir auf die Hauptschnur draufknicken. Deswegen kann ich jetzt direkt meinen Wirbel fixieren mit dem Haken. Hier einen schönen Clinchknoten. Erste Öhr, zweite Öhr, anfeuchten, zuziehen, Ende abschneiden. Jetzt brauchen wir nur noch Blei. So, die letzten Perlen aufziehen, bis ihr ungefähr 5 Gramm habt, weil der Köderfisch ja noch an der Schnur geknüpft wird, ans Vorfach. Und das bietet auch noch mal zusätzlich Gewicht. Deshalb immer kurz unter der Grenze anbleiben. Jetzt sind wir ungefähr bei 3. Oh ne. So, Blei sind fixiert. Das ist unsere fertige Montage. Stopper, Pose, das Gewicht, einen starken Wirbel, 0,30er Vorfach und da drauf einen großen Karpfenhaken. Das ist die ganze Montage. Jetzt warten wir auf den nächsten Biss. Für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, was hier letztes Mal abgeben, wir hatten hier mega, mega Action. Wir haben sehr, sehr viele dicke Aale auf Köderfisch gefangen. Ich ping euch das hier oben nochmal an, dann könnt ihr euch das Video nochmal anschauen. Und jetzt nochmal ein paar schöne Szenen aus der letzten Folge. Danach geht es weiter. Ja, viel Spaß dabei. Fisch. Ja, alles. Ja, alles. Ja, alles. Wahnsinn. Auf Köderfisch, meine lieben Freunde, ein richtig fetter Breitkopf-Aal. Freunde, was ist das denn für ein Start, Junge, der ist fast so lang wie mein Bein, der Aal. Richtig fetter Breitkopf hat sich mein Köderfisch reingezogen. Es gibt's nicht, ne? Gerade den einen wieder reingehauen, der beißt hier der nächste, war. Wieder auf Köderfisch, auf die selbstgebaute Durkis-Helf-Agel. Boah, Wahnsinn. Bisschen kleiner, der Gute. Was heißt kleiner? Ein richtig guter Aal, Freunde. Krank, Mann. Perfekt gebissen, hat sich selbst gehakt am Köderfisch. Wahnsinn, Freunde. Wohl genährt hier, alles Breitkopf-Aale. Ja. Boah. Was ist das denn? Auch ein Aal. Der hat viel Kraft. Wieder so'n Monster. Ja, ist das. Kreis rund, die Rute. Damit ihr das mal seht, das ist ne dicke Schlange, Freunde. Guckt euch das fette Viech mal an hier. Junge, Junge, alles auf Köfi, ne? Traumhaftes Angeln. Junge, was sind das für Aale, Junge? Krank, Digga. Alles auf Köfi, Junge. Guckt euch das Monster an, Junge. Digga. Der ist so lang wie mein Bein, Mann. Krank. Freunde, in der letzten Folge habe ich euch ja erzählt, dass ich denke, dass hier ein Welz drin ist, oder besser gesagt, dass wir auf Aal und Welz gehen. Ich kenne den Tümpel ja ein bisschen und ich sehe immer wieder einen großen, ich weiß nicht, ob es ein Raubfisch ist, aber ich denke, es ist ein Raubfisch, ein Riesending, was über einen Meter ist und es schlängelt. Also meiner Meinung nach ist das ein Welz oder ein Riesenaal, was auch noch sein könnte, dass es ein Karpfen ist, der kleine Köderfische frisst. Das könnte natürlich auch noch sein. Wir werden es auf jeden Fall gemeinsam herausfinden, was es wirklich ist. Rudi-Krumm, Freunde, Rudi-Krumm. Oh, was ein Aal, Junge. Wahnsinn, Freunde. Ja, ist es. Da ist doch der Piss endlich. Da ist er doch. Den lassen wir uns schmecken, Freunde. Da hat es geklappt. Tagsüber, 6 Gramm Montage, nicht mal einen Meter tief der See und ja, ein fetter Raubal hat sich wieder den Köderfisch gegönnt. Da hat es doch wieder geklappt, meine lieben Freunde. Wieder ein richtig fetter Breitkopf-Aal hier tagsüber aus dem See mit Köderfisch gefangen. Ich habe echt, echt lange hier gesessen, meine lieben Freunde. In der zweiten Folge jetzt. In der ersten ging es ja mega ab. Da haben wir, glaube ich, fünf fetter Aale in kürzester Zeit gefangen. Jetzt haben wir einen kurz nach dem Sturm gekriegt und jetzt habe ich bestimmt zwei Stunden gewartet, bis der nächste Biss kam. Und ich sage euch ehrlich, ich habe mega Durst, ich habe mega Hunger und ich war kurz vorm Abbrechen. Habe nicht geglaubt, dass es doch nochmal klappt, aber hier nochmal ein wunderschöner Breitkopf-Aal. Und ich sage euch so, wie es ist, da ich so einen Hunger habe, werden wir jetzt eine wunderschöne Catch-in-Cook-Folge Bruns Kitchen hier am See abdrehen und werden uns dieses wunderschöne Tier hier braten. Ich bin mega gespannt, wie er schmeckt aus dieser kleinen Grube hier. Göttlich, Freunde. Beast Master 64. Geil, Freunde. Ich bin echt gespannt, wie der schmeckt, Freunde. Wir müssen uns ein bisschen beeilen, weil die Sonne so übelst knallt, dass er sehr, sehr schnell austrocknet. Ich nehme den jetzt schnell aus. Wie das geht, habt ihr ja in den vorherigen Folgen schon mal alles gesehen. Und ja, dann sehen wir uns gleich beim Brutzeln. Da sind wir wieder zurück in Bruns Kitchen, meine lieben Freunde. Ja, man geht mit einem Gefühl los und denkt sich, wow, heute ziehe ich meinen Plan durch, nehme schön Köderfische mit, tariere meine Posen hundertprozentig aus, Wetterlage ist auf jeden Fall jetzt okay. Und ja, man denkt sich, jetzt ziehe ich eine Schlange nach der anderen, kann schnell einen Catch-in-Cook-Folge drehen. Das wäre bestimmt ein mega Tag. Und dann sitzt man hier in Wirklichkeit stundenlang, meine lieben Freunde, und es tut und regt sich einfach nichts. Was man da machen kann, ist auf jeden Fall die vernünftige, die richtige Phase abwarten oder man versucht es an einem anderen Tag bei besseren Wetterbedingungen erneut. Ich habe Glück gehabt, bei mir hat es jetzt noch geklappt, ein wunderschöner Speiseaal und den möchte ich jetzt auch gerne verzehren. Dafür nehme ich das gute Ding jetzt eben aus. Und sobald ich das gemacht habe, können wir den gleich schön braten. Ja, JJ heute nicht dabei. Liebe Grüße, JJ. Hier müssen wir das mal so hilfsbedürftig hier vonstatten bringen, da jetzt kein Kameramann, keine Kamerafrau dabei ist. Aber ich denke, wir kriegen das ganz gut hin. Hier seht ihr nochmal den ausgenommenen Aal, oder besser gesagt den geschnittenen Aal, gleich ausgenommen. Was immer hilft bei Aalen, die sind ja mega schleimig, ist ein Handtuch, Salz oder Sand. Das könnt ihr alles benutzen, um eine vernünftige Grifffestigkeit zu kriegen. Ich mache das jetzt schon 25 Jahre, deshalb fällt mir das nicht ganz so schwer. Aber ich kann mich noch an früher erinnern, die ersten Zeiten so, Dega, ich habe immer eine Stunde gebraucht, um Aal auszunehmen. So, dann schneiden wir das Genick durch. Habe ich euch ja schon ein paar Mal gezeigt. Oh, da kommt mein Köderfisch wieder. Da ist er. Und dann ziehen wir mit dem Daumen so weit zurück, bis wir nur die Haut hier haben. Da ist sie. Ihr werdet wahrscheinlich jetzt so nicht viel erkennen, aber ihr wisst, was gemeint ist. Boah, ist der glübschig. Boah, ist der glübschig. Jetzt habe ich ihn. Freunde, wie gesagt, den Abfall immer mitnehmen, gar kein Problem. Jetzt haben wir den Aal schon hier aus der Pelle gezogen. Jetzt entfernen wir noch die Gedärme. Und ich werde ihn jetzt natürlich nicht dort im Wasser waschen, weil das sehr hohen Bakteriengehalt hat. Das geht natürlich verloren, wenn ihr den gleich bratet. Die werden so abgetötet durch die Hitze. Aber für mich geht es ästhetischer, den so aus der Pelle rauszunehmen. Schneid mir den jetzt in Streifen. Glücklich und zufrieden, meine Lieben. Der frisch gefangene Aal, zwar aus dieser Ententeich-Pfütze, kann man fast sagen. Ist ein sehr, sehr überschaubarer See. Auch sehr, sehr moderig und schlammig. Deshalb bin ich mega gespannt, wie der Aal jetzt schmeckt. Jetzt müssen wir hier Feuer einfachen. Breiter machen. Ja, so einen Tag kann man sich eigentlich schon fast gar nicht geiler vorstellen. Voller Erwartungen geht man ran ans Gewässer. Es passiert so gut wie nichts. Und ja, dann denkt man sich, komm, ich ziehe noch durch bis heute Abend. Vielleicht noch, ja, bis zur Nacht. Dann habe ich auf jeden Fall den einen oder anderen Fisch überlistet. Vielleicht ein schönes Video gedreht. Und dann kommt es alles doch ganz anders. Das ist doch tagsüber nochmal ein schöner Aal reingegangen. Da haben wir heute zwei schöne, fette Aale gekriegt. Einer davon wird direkt verwertet. Was wollen wir mehr? So, jetzt habe ich auch echt Hunger, Freunde. Weil ich habe nichts mitgenommen. Nichts zu trinken, nichts zu essen und so. Und bin seit Stunden schon hier. Krank. Gas an. Gas ist an. Und jetzt gibt es einen schönen Bratal, meine lieben Freunde. Oh, letzter Schluck Öl nur noch. Dann haben wir das auch erledigt. Und dann würde ich fast sagen, meine Lieben. Oh, guten Appetit. Oh, guten Appetit. Oh, ho, ho, ho. Vor ein paar Sekunden ist er eh noch umgeschwommen, der Junge. Weil es so ein dicker Bursch ist, werden wir den auf jeden Fall ein bisschen länger durchbraten und danach erst würzen. Wenn ihr vorher alles würzt und eure Stücke dann durchbratet und nicht in einem Zug, dann habt ihr das meistens, dass das Fett verbrennt oder schwarz wird. Deshalb immer danach würzen. Nicht immer, aber fast immer. Kommt gerade Wind und zwar nicht zu meinem Vorteil. Ich versuche hier eben ein bisschen Schutz zu machen und so. Und wenn der Aal gleich fertig ist, gewürzt ist und es schön knusprig, dann sehen wir uns wieder zum Biss. Ja, meine Lieben, so kann das aussehen. Man braucht keine 30.000 Euro, um schönen Urlaub zu machen. Man kann auch einen schönen Tag hier bei uns in Germany verbringen. Man muss nur wissen, wie, meine Lieben. Und ich sage euch eins, einen besseren Fisch, den kriegt ihr nicht. Geil wie Sau. Ich freue mich schon aufs Essen. Ich freue mich schon aufs Essen. Der Aal ist fertig, keine Behilfsmittel, kein Teller und nix. Ist halt so. Ich würde sagen, der frisch gefettete Aal geht jetzt erstmal raus auf den Stuhl, damit ich hier schön weiterbraten kann. Nummer eins. Nummer zwei. Oh, das schmeckt jetzt schon gut. Oh, das hat er so nochmal abgezappelt. Ja, meine Lieben, es war ein wunderschöner Tag. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen von unserem Ansitz hier am, ja, kleinen idyllischen See, tagsüber mit Köderfischen auf Raubahle. Hat auf jeden Fall zweimal gut gemundet, hat gut geklappt. Jetzt kann ich das erste Mal probieren. Ich hoffe... Ich nehme mir gleich mal ein Stück. Wenn ihr davon mehr sehen wollt, dann lasst uns gerne wissen. Mit einem Daumen nach oben. Boah. Boah, das schmeckt richtig gut. Also ich hätte jetzt echt erwartet, dass der moderig und schlammig schmeckt. Aber der schmeckt richtig gut, meine lieben Freunde. Ja, meine Lieben, ich esse jetzt hier auf jeden Fall noch zu Ende. Ich würde sagen, die zwei dicken Raubahle in der zweiten Folge, die haben uns auf jeden Fall gereicht. Wir brauchen nicht übertreiben. Ich möchte ja gerne auch nochmal wiederkommen und wieder ein paar schöne Aale fangen. Deshalb hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, lasst uns gerne wissen. Mit einem Daumen nach oben. Schreibt gerne ein paar Kommentare. Auch, was ihr vielleicht gerne an diesem See nochmal sehen wollt. Vielleicht mal andere Köder, andere Montagen. Da sind unseren Träumen ja keine Grenzen gesetzt. Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was von diesem Video mitnehmen. Sehr erfolgreich sind wir auf jeden Fall gewesen. Ich habe euch meine Montagen gezeigt. Ich bin mega glücklich. Ihr solltet auch mega glücklich sein. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Hook On. In diesem Sinne, wir haben euch lieb. Bis dann und tschüss. Ey Freunde, jetzt nochmal, wie das so zuletzt immer ist. Nochmal einen schönen Fisch und nochmal einen Biss, aber von mir. Es ist aber so, wie es ist, Freunde. So ein langer, dicker Aal, Junge. Der haut gut rein. Ich bin mehr als satt auf jeden Fall. Ich könnte jetzt so weitermachen. Machen wir aber nicht. Wir haben genug gefangen. War eine wunderschöne Folge. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Ich hoffe, ihr habt Bock auf die nächste Folge. Lasst es uns gerne wissen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Geil. Richtig schicker Bart. Maus. Komm, ein richtig fetter Bart. Wer ist er? Ich habe einen Freund gefunden. Hängt das an zu beißen. Ja, wunderbar. Maus. Ja. Und ja, sind zwei, drei dicke Lachse hinterhergekommen. Ja. Nein. Ich hatte einen dicken Zandermaus. Nein. Kleiner Zander, Junge. Ja. Nein. Ja. Ja. Nein. Wir laufen Menge. Ja. betord. Vielen Dank.